Musik 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 Ich lafe mich an deine Züge! Musik 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 Ich stehe euch alle weg! Hör auf, dich selbst zu placken! Alter, freu dich! Du hast Wilhelm gekehrt? Heilige Hölle! Jack hat keine Chance, Gibbons! Wilhelm hat einen Energiekern fallen gelassen. Schnapp ihn dir! Laut meinen Sensoren ist er einzigartig. Wenn du ihn Roland bringst, müssen die Schilde von Sanctuary vielleicht nie wieder aufgeladen werden. Wow, so einen Energiekern habe ich noch nie gesehen. Der, den du von Reese hast, ist fast ausgebrannt. Warum bringst du ihn nicht her? Den Kammerschlüssel haben wir vielleicht nicht gefunden, aber wenigstens wird Sanctuary dank dir noch etwas länger sicher sein.